Letztens bin ich mit dem Auto gefahren und habe gemerkt, schaut mal das Doppelkini, dickfett. Ich bin einfach nicht mehr sportlich und ich habe gedacht, was kann ich machen, damit mir das etwas besser geht? Was kann ich machen, damit ich wieder sportlich werde? Ich habe seit 20 Jahren fast keinen Sport mehr gemacht. Und dann habe ich mir diesen Challenge ausgedacht. Und zwar habe ich gedacht so, Kennen Sie den Salci? Der fährt ja immer von dunstigse Assort zu dunstigse Assort mit dem Velo. Und das sind manchmal ganz strenge Strecken. Und ich habe mir vorgenommen, im 22 mit dem Velo ohne Elektrik dran, mit dieser Gruppe mitzufahren. Und Salci sagt er, ich hänge dich an den steilsten Hänge ab, ich tue dich überhole, bergab bin ich schneller. Du musst dich unglaublich zusammennehmen und trainieren. damit mir nachher kommen. Ja, verfolgt mich da auf dem Kanal. Wenn ihr mich trainieren sehen, dann zuheben, mich motivieren. Du kannst natürlich auch mir einen Ernährungsplan und einen Trainingsplan schicken auf dem Kanal. Und ich werde alles ausführen und alles daran setzen. Aber am ersten Juli fange ich an zu trainieren. Jetzt eine ganz schöne Zeit. Euer Gallen Sottiger.